Es ist noch nicht passiert, aber es könnte durchaus passieren. Hier ist meine Vorhersage, was in Zukunft mit Ihrem Vermögen passieren wird. In den nächsten zehn Jahren wird ein ziemliches Chaos herrschen. Warum? Lassen Sie mich erklären. In den 1960er Jahren mochte meine Generation, die Baby-Boomer-Generation, keine Aktien. Um die Boomer zum Aktienkauf zu animieren, brachte die US-Regierung dann 1974 dieses Ding namens 401k heraus, den amerikanischen Rentenfonds. Ich würde einen 401k niemals anfassen. Ähnlich wie beim Vorschreiben der Maskenpflicht sagen sie dir auch beim 401k, wo du investieren darfst. Ich weigere mich, das zu tun. Aber das muss ich auch nicht, denn als Unternehmer schaffe ich mir mein eigenes Vermögen. 1987 stürzte der Aktienmarkt ab. Greenspan präsentierte prompt eine Lösung. Er war der Mann an der Spitze unserer Federal Reserve Bank. Bitte beachten Sie, die FED ist nicht die US-Regierung. Greenspan führte das Plunge Protection Team ein. Seine Rochade wird heute als Greenspan-Put bezeichnet. Im Grunde sorgte er mit dem Greenspan-Put dafür, dass jedes Mal, wenn Aktien abstürzen, sie automatisch vom Plunge Protection Team aufgefangen werden. Also sind Aktien seitdem de facto geschützt. Das gab den Boomern Vertrauen in Aktien. Wegen des 401k sind nun die meisten Amerikaner, die jemals ein Gehalt bekommen haben, an einen 401k gekoppelt. Sie besitzen dank des 401k Pensionsplans zumindest indirekt Aktien. Dann kamen die Kryptowährungen und machen seither unserem klassischen Geldsystem Konkurrenz. Dann entschieden die Zentralbanken dieser Welt während der Corona-Krise wieder verstärkt, Gold zu kaufen. Sie vermeiden aber bewusst das Wiederankoppeln unseres Geldes an Gold. So lassen sie der galoppierenden Inflation bewusst freien Lauf. Denn das wiederum ist gut für den Schuldenabbau der Regierungen. Und jetzt wollen so ziemlich alle Zentralbanken digitale Währungen einführen. Natürlich nicht auf Blockchain-Basis. Nein, das würde ja die Inflation stoppen. Unsere moderne Geldtheorie ist ziemlich marxistisch. Die Konsequenzen in den kommenden zehn Jahren werden schrecklich sein. Das ist meine Vorhersage. Die Regierung wird irgendwann sogar unsere Gedanken kontrollieren. Sie werden kontrollieren, wie viel Luft wir atmen. Beim Digitalgeld kann man nämlich jede Transaktion nachverfolgen. Sie werden kontrollieren, wie wir an Geld kommen, wie viel wir verdienen, wo wir es ausgeben, wohin wir damit reisen. Sie werden alles über uns wissen. Das nennt man Totalitarismus. Ich weiß natürlich nicht, was die Zukunft bringt, aber ich vermute, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Welche Investments schlage ich in Anbetracht dieser düsteren Aussichten vor? Gold, Silber, Kryptowährungen, Sachwerte. Gold ist eine gute Investition, weil alle Zentralbanken der Welt jetzt wieder Gold besitzen. Also werden sie nicht zulassen, dass der Goldpreis abstürzt. Sie werden alles tun, um sicherzustellen, dass der Goldpreis hoch bleibt. Das gilt auch für die anderen drei Edelmetalle, Silber, Platin und Palladium. Kryptowährungen hingegen können abstürzen. Da ist kein Sachwert hinterlegt und da wird extrem viel spekuliert. Aber Kryptowährungen sind nicht ohne Grund ein Dorn im Auge der Zentralbanken. Deshalb mag ich Bitcoin und Ether. Ich mag alles, was die FED nicht mag. Ging es nach den Zentralbanken, wären Kryptowährungen schon längst verboten. Von China über Europa bis in die USA arbeiten nun alle Zentralbanken an digitalem Geld. Sie wollen den dezentral aufgestellten Kryptowährungen Konkurrenz machen. Die Europäische Zentralbank macht das, ebenso wie die Japanische Zentralbank und die Chinesische Zentralbank. Weil sie alle keine Kontrolle über Kryptowährungen haben und Krypto so erfolgreich ist. Und das neu erfundene Digitalgeld der Zentralbanken wird selbstverständlich nicht limitiert sein. Ein entscheidender Vorteil für Bitcoin und Co. Aber staatlich kontrolliertes Digitalgeld hat auch ein paar Vorteile. Wenn es dann irgendwann die elektronische FED-Coin gibt, dann werden wir eventuell die vielen Geschäftsbanken los. Momentan ist es noch so, dass unsere Notenbank Geld druckt und es dann den Geschäftsbanken zum Verleihen gibt. Diese Zwischenhändler könnten wir uns dann sparen. Wenn die FED-Coin kommt, brauchen wir eigentlich überhaupt keine Banken mehr. Kreditkarten, Immobilien oder Studentenkredite könnten verschwinden. Ich sage nicht, dass das passieren wird. Das ist nur eine Option. Es könnte passieren. Wenn die FED-Coin kommt, dann bin auch ich pleite. Weil ich mir Geld von Geschäftsbanken leihe, um durch die Rückzahlungen kreditwürdig zu bleiben. Jemand wie ich hat bisher einfach Schulden gemacht und damit dann Vermögenswerte erworben. Das ist dann auch noch steuerfrei für mich, weil Schulden steuerfreies Geld sind. So etwas lernt man nicht in der Schule. Die einzige Möglichkeit, wie Geld in unserem System entsteht, ist, dass Leute wie ich Geld leihen. Es geht also nicht um das Geld an sich, sondern wie sie als Einzelner mit Geld umgehen. Und da gibt es so einige Möglichkeiten. Unser Schulsystem ist absichtlich so gestaltet, dass es uns nichts über Geld beibringt. Aber dieses Manko ist leider auch ein guter Nährboden für Marxismus und für kommunistisch garantierte Grundeinkommen. Stimulus-Checks sind nichts anderes als garantierte Grundeinkommen. Die Regierung tut so, als würden die Empfänger dieser Checks nicht mehr in der Wirtschaft gebraucht. Das fühlt sich verdammt nach Kommunismus an. Einer meiner Kryptofreunde hat vorausgesagt, dass Bitcoin in den kommenden zehn Jahren auf 1,2 Millionen Dollar steigen wird. Das würde bedeuten, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin im Jahr 2031 bei etwa 250 Billionen Dollar liegen wird. Max Keiser wiederum sagt, 250.000 Dollar ist das Maximum. Meine eigene Kalkulation sagt, 228.000 Dollar vorher. Keiner weiß es genau. Aber Fakt ist, da gibt es noch richtig viel Luft nach oben bei den Kryptowährungen. Ich beobachte momentan den Silberpreis. Ich denke, dass Silber auf 100 Dollar pro Unze steigt. Und wenn das erstmal der Fall ist, dann mache ich eine Menge Geld. Und wenn das